hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die so zack 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 kapazität ich glaube das könnte hinkommen das kommt ziemlich genau hin gucken wenn es genau passt bin ich happy los 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 das muss genau passen jawohl das hat so ganz genau gepasst und jetzt haben drei brauchen war kommt sogar hin kommt ja sogar in sechs minuten noch was können wir da nicht erstmal den da dann keine ahnung davon zwei stück na so viel brauchen wir da gar nicht von dann machen wir hier noch ein paar von zack zack und so klappt sehr schön sehr schön dann brutzelt immer fein durch so wie sieht es hier inzwischen aus sehr gut und dann können wir hier mal langsam auch mal ordnung schaffen glaube ich wird ja doch auch mal zeit denn wir sind ja doch sehr überfüllt in unseren kisten so was aber auch bottled water haben wir hier auch noch sehr gut keine ahnung noch acht stück hier war fünf fünf ist gut nun mal fünf von den t gleich das raus gravele 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 erstmal den stein hier noch raus gravele 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 dann die pillen hier noch raus ich suche immer noch gravele 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 finde aber gerade keiner da haben wir gravele gravele ein paar von denen ist auch sehr gut die biotex ist auch immer richtig gut das können wir nicht immer gut gebrauchen vor allem wir so schlecht wie ich bin in diesem spiel brauchen wir das allemal wir brauchen auf jeden fall dann noch eine chest hier neben schätzt mal dann hier hin und komm und ja und los und die wir dann zum beispiel unsere förmchen und das rein prügeln so dann machen wir mal kurz a chest secure chest genau ums machen wir die mal zack und zack sehr schön sehr schön so da können auf jeden fall schon unsere led engelt wieso sage ich eigentlich mehr lied ich weiß es selber nicht dann haben wir hier noch die zement maul die glas maul die maul und die maul und die maul so dann können wir hier auch so eisenreste rein wuppen unsere grill können wir hier schon rein legen das ist auch ganz toll so was hätten wir hier dann alles so erst mal da hinein lalalala hatte ich mir noch eine kaffeebohne gefunden unterwegs wahrscheinlich habe ich die nicht mitnehmen können aus so einem grund wirt soll es glaube draußen rennt was vorbei ganz still klemm heimlich und leise Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es ist hier alles möglich. Haben wir hier nicht noch? Komm, packen wir dich noch da mit rein. Mensch, hierher noch ein. Na, da werden auch gleich noch einige zukommen. So. Kerzen. Ach du Schande. Tallo. Torch. Candle. Genau. Wäre auch eine Idee, aber wir machen einfach mal ein paar Candle. Ein paar Candle in the wind. Acht Stück, würde ich sagen. Das ist auch der Grund, warum wir mal wieder hier von sammeln müssen. So, dann nehmen wir das Bottled Water. Und dann haben wir Golden Rod's Tea. Also gleich gefangen. Ah. Ja, du Nap, du. Da oben rein, da. Zack und zack. Was brauchen wir? Zwei Minuten dreißig. Zack, 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 zack. Ja, so kommt's hin. Sehr schön. Und damit sind wir dann schon mal etwas Fidela. Und nebenbei, was machen unsere Candles? Die Candles sind auch soweit fertig. Machen wir hier die Eingangscandle mal hin. Sehr schön. Und wie gesagt, hier müssen wir ja auch noch gucken, dass wir die Wände und so vernünftig oder halbwegs vernünftig hier alles ausbauen mit der Zeit. So, dich muss ich mal wegnehmen. Hier müssen wir jetzt noch mal so ein bisschen raushauen. Zack, zack und zack. Na los, na los, na los. Und nebenbei mal. Den ersten Golden Rot Tea hauen wir uns auch mal rein. Was bringt der denn jetzt genau? Stamina, Hydration und Wellness. Ah. Die Synthetri wird er sogar removen. Hauen wir es uns auch mal gleich rein. Jung, jung, jung. Und hauen hier weiter. Fröhlich vor uns hin. Danach könnten wir ein bisschen Fleisch grillen. Fleisch grillen ist ja dann wieder auch ein Ticken gefährlicher wegen Los Zombos und Zomboids in möglicher Nähe. Da muss man aufpassen. Na komm, hau weg. Und jetzt sollte ich die unbedingt reparieren. Das hätte ich mich jetzt fast wieder vergessen. Ich schätze mal, die ersten haben schon fast in, äh, kommt, äh, in den Monitor reingeschrieben. Pass auf deine Angst auf! Jawohl, geht genau auf. Herrlich, herrlich. Huh, das ist so schön. Ich freue mich so sehr. Huh, was hat er denn jetzt gepackt da? So. Meine mit. Und dasselbe wir müssen wir jetzt hier nochmal machen. Müssen wir hier auch gucken, dass wir das hier dann schön ausbauen. Mal hier so von der Seite geblickt. Ja, so die Linie passt soweit ja sogar schon ganz gut, ne? Die passt ja fast. So. Weg damit und dann geht sie langsam voran. Dann müssen wir noch Lagerkisten bauen. Die fehlen uns auch noch. Dass wir hier essen und das besser eingesortiert bekommen. Und dann sind wir zum Tag sieben soweit, dass wir uns jetzt so ein bisschen überrennen und töten können. Was jetzt wahrscheinlich passieren wird. Creepy. Irgendwie sieht das echt so ein bisschen creepy aus, ne? Aber geil. Ich find's, ich find's recht schick. War das hier eigentlich mit F1? Nein. Mit F2? Nein. F3? Nein. Huch! Um Gottes Willen. Egal. Ich schal. Ich schal. Ich schal. So. King. Wunderbar. Da können wir auch die Mold jetzt endlich mal rausnehmen und in die Kiste einsortieren, wo sie reingehört. So. Den kurz rausgenommen. Lalalala. Kurz den Grill genommen. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Und jetzt aber schnell, bevor mich hier irgendwas wittert. Grilled Pork. Grilled Pork. Zack. Rein da. Okay. Eine Minute 15. So. Kommt ungefähr hin. Pass. Wackelt hat Luft. Zack. Das Dorr hinein. Die Kohle können wir auch erstmal hier rein tun. Eigentlich auch unser Holz, was wir jetzt im Moment noch über haben. Genauso wie Talg. Primär erstmal. Wer weiß, wofür man es noch braucht. Da müssen wir mal schauen. Ah, da die kleine Beule. Ich frage mich, ob ich die noch weghauen müsste hier. Da bin ich gerade echt so ein bisschen... Muss die noch weg? Muss die noch weg? Oder muss die nicht weg? Wir hauen sie mal weg. Wenn ich... Ziehen wir hier so und so irgendwann Wände hoch. ganz größenwahnsinnig. Nein, ich glaube, die hätte nicht weggemusst. Die war in Ordnung. Schade. Kann ich sie nicht wieder hinsetzen? Doch, geht. Geht. Dann machen wir das doch mal. Wie war das? So, zack, zack, zack. Ja. Rustikal, aber gut, finde ich. Rustikal, aber gut. So, zack. So hat es doch was. Klar, ein bisschen außer Form ist es Natursteinmauer. Die kann ruhig ein bisschen außer Form sein, ne? Das ist in Ordnung. Zack und zack. Oh, was hat die denn jetzt hingesetzt? Ich finde es cool. Da, da sehen wir es wenigstens. Jetzt aber schnell. Schnell, 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 schnell. Und gleich noch ein. Wellness und alles. Yeah. Das schmeiße ich auch erst mal hier rein. Sehr schön. Das freut. Das freut. Das freut, ne? Freudige Erwartung. Jetzt ist auch schon langsam Abend. Also noch rausgehen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Was wir jetzt mal machen könnten. Storage. So. Alles klar. Storage Building. Bräuchten wir einen. Können wir machen sogar direkt. Damit wir hier schon mal alle Kisten, die wir brauchen, irgendwie mal haben und ein bisschen mehr Ordnung reinkriegen. Amo. Food. Jetzt muss ich kurz, äh, Food. Food vor allem, genau. Amo brauchen wir das. Food brauchen wir das. Da brauchen wir Schwarzpulver für. Da brauchen wir ja genau eine Crossbow Bolt. Natürlich. Und da brauchen wir das für. Eine Bandage. Einmal Schusspulver. Dann können wir schon mal wegen Crossbow Bolt. Einmal Feder. Einmal Stick. Stones haben wir ja genug. Das sollte also hinhauen. Hier gab es sicher auch eine, wo ich den Nagel reintun musste. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen von. Und dann bräuchten wir eine leere Dose. Habe ich die nicht? Die habe ich natürlich verbraten. Haben wir noch was zu... Ach, jetzt ist es überhaupt gut gesättigt. Verdammt! Weil dann haue ich hier diese Reihe noch raus und da kommen dann Kisten hin. Aber machen wir erst mal. Machen wir erst mal die Health. Zack, zack, zack. Weil dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Ordnung. Im gesamten Klabatsch, den wir da so haben. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Explosive rein. Craft. Jetzt bringe ich ihn dann auch mehr noch. Die da. Zack, zack, zack. Oh, da draußen rennt gerade was. Da höre ich gerade aber gewaltig was rennen. Nicht schön, gar nicht schön. Ich bin kein Freund von Rennenden und Toten vor der Haustür. So, für Wettens brauchen wir das und da brauchen wir genau den Crossbow Bolt. Das wird glaube ich einmal so, einmal so und auch das Tänchen da. Verdammt, ne, da kommen Eros raus. Dann war es ein runter. Crossbow Bolt, genau, zack. Dann haben wir da fünf Stück von meine Güte. brauchen wir zwar nicht zwingend, aber so haben wir auf jeden Fall hier die Kisten einmal bis auf die Food-Kiste einmal durch. Die Food machen wir uns auf jeden Fall dann auch noch. Was wir jetzt halt noch machen müssen ist Platz schaffen hier. Schade, dass man nachts nicht schlafen kann und ich muss die Nase putzen. Kurz, ah, verdammt. Hätte ja fast klappen können. Ah, da bin ich wieder in den Bein. Wir sind an Tag sieben, drei Uhr. Sollte das nicht der Pain Train, der uns killt, sein? Ich werde hier unten kein Geräusch machen, bis die Nacht vorbei ist. Das glaubt mal. Weil eigentlich hätte das doch jetzt das Böse Erwachen sein müssen. Hä? Die Kerzen beleuchten nicht sehr viel. Es ist sehr schummerig unten. Keine Ahnung. Ah, hier kann ich eine dran setzen. Äh, die sehen wir nicht. Ähm. Ich finde es doof, wenn man die nicht sieht. So, machen wir es halt so. Erstmal. Erstmal, damit wir überhaupt was sehen. Schnubbeli-dubbeli-dubel-dubel-dubel-dubel-dubel-dubel-dubel-dubel-dubel. Äh, so langsam können wir wieder. Ansonsten kommen die diese Nacht und da, oh Gott, ist ja mal so das, was man auf jeden Fall in einer Season zeigen möchte, was passiert in der Nacht sieben. Normalerweise nichts Gutes, vor allem die sind ja echt schlecht ausgerüstet, was Waffen und Kram angeht. Da können wir eigentlich gar nichts wirklich machen. Ich könnte mich auf irgendeinen dicken, fetten Turm verziehen mit meinem Bogen. Das ist ja auch das ganze, was mir einfallen würde. Und da würden sie mich wahrscheinlich runterprügeln. So. Kandle hoch. T runter. Teelunda und immer wieder Munda. So, hauen wir den noch weg. Wie gesagt, die Kisten möchte ich hier ganz gerne noch hinhaben. Aber das sehen wir dann auch erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis zum einen Scheinzustauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und immer schön daran denken, wenn es euch gefallen hat, ruhig einen Daumen hoch, da lassen das tut nicht weh. Kommentare, etc. pp. auch nicht weiterempfehlen oder mal teilen. Sowieso nicht. Und das hilft auch alles weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Seven Days to Die. Tag sieben. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.